In diesem Video soll ein Blick auf den Versuch geworfen werden, die Muslime weltweit zum Aufstand gegen Entendmächte zu bewegen, insbesondere in den von ihnen kolonialisierten islamischen Gebieten. Dazu schauen wir uns die Vorwürfe an, die gegenüber dem Deutschen Reich vorgebracht werden und ob diese ihre Berechtigung haben. So wird zum Beispiel Max von Oppenheim als Abu Dschihad, Vater des Heiligen Krieges, bezeichnet und die deutsche Orientpolitik als rücksichtslose Kriegspolitik mit niederträchtigem Charakter. Außerdem wird behauptet, dass Deutschland das britische Empire hätte stürzen wollen und an seiner Stelle die Herrschaft im Orient hätte übernehmen wollen. Es geht sogar so weit, dass behauptet wird, Deutschland tragen die Schuld an der Politisierung des Islam und damit auch an dem extremistischen Islamismus der heutigen Zeit. Im Grunde sind dies auch schon grob die Anschuldigungen, die erhoben werden und wir kommen nun zu den historischen Ereignissen. Zunächst betrachten wir ein paar Aspekte zu Max Freiherr von Oppenheims Leben und Wirken im Orient, bevor wir auf die Anschuldigungen eingehen. Von Oppenheim hatte ein aufrichtiges Interesse an der orientalischen Kultur und widmete sich deren Erforschung, trotz des anfänglichen Widerstands des Vaters und der Möglichkeit in der Hochfinanz tätig zu werden. Er brachte sich alles selber bei und wurde zu einem der führenden Archäologen im Nahen Osten und dies ohne dafür an einer Universität die entsprechende Ausbildung erhalten zu haben. Als er einen längeren Aufenthalt in Kairo hatte, richtete er sich ein Haus im eingeborenen Viertel ein, anstatt sich von ihnen abzugrenzen und nur nach europäischer Art zu leben. Seine Offenheit und sein respektvoller Umgang sowie sein ernst gemeintes Interesse an den Menschen und ihrer Kultur führten zu einer Freundschaft mit den Muslimen, die von gegenseitigem Vertrauen und Anerkennung geprägt gewesen war. So wird seine Popularität in Ägypten unter anderem dadurch deutlich, dass der Trauerzug von der Beerdigung des ägyptischen Freiheitskämpfers Mustafa Pasha Kamil an Oppenheims Haus stoppte und ein Hoch auf ihn ausrief. Bedauerlicherweise verursachte dieses gute Verhältnis bei der englischen und französischen Regierung großes Misstrauen. Von jenen wurde er sogar beschuldigt, die Einheimischen gegen sie aufzuhetzen und er würde durch sein Wirken Deutschland dabei helfen, den Orient zu erobern. Französische Zeitungen wie die Le Pyramid warfen ihm und dem Deutschen Reich schon 1906 vor, panislamische Propaganda zu betreiben und die Sufi-Bruderschaft aufzuwiegeln. Oppenheim verurteilte diese Gerüchte über ihn und er sähe darin die Absicht, die Deutschen als falsche Freunde darzustellen. Es war die Sorge der Engländer und Franzosen vor dem Pan-Islamismus und einer Allianz zwischen dem Islam und dem Deutschen Reich, der sie zu den propagandistischen Presseartikeln über Oppenheim trieb. Diese Vorwürfe hatten allerdings keine Berechtigung, da er einerseits durchaus versuchte, die Einheimischen zu beruhigen und ihn zu verstehen gab, dass sie nicht die Machtmittel für eine Revolution hätten. Und andererseits unterhielt Oppenheim auch zu Englandern freundschaftliche Beziehungen. Doch waren es die revolutionären Bestrebungen der kolonialisierten Muslime, die Oppenheim dazu veranlassten, seine Schrift, Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde niederzuschreiben. Nun zu den Anschuldigungen, von denen eine darauf beharrt, Oppenheim sei der Vater des Heiligen Krieges und Deutschland habe den Islam politisiert, zeugt von einer schweren geschichtlichen Unkenntnis und ist aus vielerlei Hinsicht unhaltbar, wie schon das folgende Beispiel zeigen soll. Denn die Idee der Revolutionierung feindlicher Gebiete ist zu diesem Zeitpunkt keineswegs neu und es waren 1870 Muslime, die sich mit einem Aufstandsplan an den Norddeutschen Bund wandten. Hierbei handelte es sich um algerische Emigranten, welche in Konstantinopel lebten und kurz vor Beginn des deutsch-französischen Krieges diesen Plan Vertretern des Norddeutschen Bundes präsentierten. Dieser Plan besagte, dass französische Truppen im Maghreb gebunden werden sollten, um deren Entsendung nach Europa zu verhindern, sowie auf algerischer Seite bei einem Aufstand keine neu ankommenden Truppen befürchten zu müssen. Zu diesem Zweck wurde der Afrika-Forscher Gerhard Rolfs und der Orientalist Johann Gottfried Wettstein geschickt, um die Berberstämme zum Aufstand zu bewegen. Doch das Unternehmen scheiterte, da die Franzosen dieses Vorhaben frühzeitig entdeckten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Idee der Aufwiegelung von Unabhängigkeitsbewegungen eine militärische Option für das Deutsche Reich. Ich denke, allein hierdurch wird deutlich, dass diese beiden Vorwürfe ungerechtfertigt sind. Außerdem sorgte Enver Pasha bereits vor dem Ersten Weltkrieg für die Verbreitung der pan-islamischen Idee in Asien und informierte, noch vor dem Kriegseintritt der Osmanen, Deutschland darüber, dass die Revolutionierung der islamischen Welt bereits begonnen habe. Seine frühzeitigen Anstrengungen machten sich bezahlt, denn durch jene wurde der Aufstand der Adjaren entfacht. Kommen wir zur nächsten Unterstellung, und zwar jener, die besagt, Deutschland habe die Absicht gehabt, die Entrautmächte zu verdrängen, um selbst über die Muhammedaner zu herrschen. Hiergegen sprechen mehrere Dinge, darunter auch die abschließenden Ausführungen in der Denkschrift, bei denen Oppenheim wirklich die Unabhängigkeit der Muslime fordert und nicht nur einen kolonialen Herrschaftswechsel. Zum einen erwähnt er die aufrichtige Freundschaft der muslimischen Welt zu Deutschland. Zum anderen schreibt er über eine künftige islamische Staatenvereinigung, welche durch Deutschland später Hilfe erhalten könne. Jene Unterstützung könne unter anderem für Militär- und Zivilorganisationen beleistet werden. Persien würde endlich frei und entwicklungsfähig werden und Afghanistan wäre eine neue glänzende Zukunft eröffnet. Hier sei anzumerken, dass diese Schrift nur für die deutschen Behörden gedacht war und sonst von niemandem gelesen werden sollte. Also warum sollte er, wenn er es nicht absolut ernst meinte, so etwas schreiben? Noch einmal, diese Denkschrift war nicht für Propagandazwecke konzipiert worden. Außerdem schrieb er auch nicht über zukünftige Gebietsansprüche im Orient, welches auch zu keiner Zeit gegeben hatte. Es existieren keinerlei Pläne, nach einem siegreichen Krieg den Orient unter eigenes Herrschaftsgebiet bringen zu wollen. Des Weiteren waren die Revolutionsbemühungen nicht nur eine kriegstaktische Überlegung, wie die Entlastung der Fronten in Europa und das Verhindern von Neurekrutierungen in den Kolonien dorn tornt, sondern auch jener eine neue Ordnung für nach dem Krieg zu erschaffen. Denn Deutschland war es bewusst, dass die Kolonialherrschaft irgendwann zu Ende gehen würde und dass dies eher die anderen Kolonialstaaten betreffen werde. Der Grund dafür, dies anzunehmen, waren die Unabhängigkeitsbewegungen unter den fortentwickelteren Völkern, wie eben denen aus den islamischen Gebieten. Deutschland hatte sich diesbezüglich wenig zu sorgen, da seine Herrschaft sich mehr oder weniger über Naturvölker erstreckte. Vielleicht auch deshalb solidarisierte sich Deutschland zunehmend mit den Menschen des Orients und unterstützte jene bei der Erlangung ihrer Selbstständigkeit. Zudem sorgte dieses Verhalten für weltweite Anerkennung und somit auch für ein Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber den anderen europäischen Mächten, deren Vorgehensweise in den Kolonien weltweit und insbesondere in Deutschland auf Missachtung stieß. Diese Einstellung Deutschlands bildete damit eine Alternative zu der Politik downtowns. Unbestritten ist natürlich auch der damit einhergehende politische und wirtschaftliche Vorteil, den Deutschland womöglich vor Augen hatte. Doch unabhängig von dem Nutzen war die Begegnung mit dem Orient auf Augenhöhe einmalig unter den europäischen Staaten und deutschlandweit herrschte eine ehrliche Begeisterung und Sympathie für den Orient sowie das Gefühl für Gerechtigkeit einzustehen. Wilhelm II. ergriff mehrfach Partei für den osmanischen Sultan, zum Beispiel in Tanga 1905, als er sich gegenüber dem dritten Sekretär der französischen Gesandtschaft darüber äußerte, dass er nicht nur für Deutschland die Gleichberechtigung mit anderen Nationen fordere, sondern dies auch für das Osmanische Reich und dessen Sultan. Ebenso 1909, als Großbritannien auf dem Tigris und dem Euphrat, trotz des Widerstandes der Osmanen, ein Schifffahrtsmonopol zu errichten, beabsichtigte. Der deutsche Kaiser wendete sich daraufhin an die britische Regierung und verurteilte dieses Vorgehen, als den Eingriff einer fremden Macht in das Selbstbestimmungsrecht einer Zweiten. Die andere Anschuldigung, welche von mir zu Beginn angesprochen wurde, ist jene, bei der behauptet wird, das damalige Vorgehen Deutschlands habe den extremistischen Islamismus von heute entstehen lassen. Während sich der Extremismus unserer Zeit gegen Ungläubige richtet, richtete sich der Dschihad, welcher damals ausgerufen wurde, nicht gegen Ungläubige im Allgemeinen, sondern gegen jene europäischen Mächte, die als Kolonialisten über die Muslime herrschten. So heißt es in der Fatwa des persischen Scheichs, die unser Land und Haus rauben und unsere staatliche und nationale Unabhängigkeit zu vernichten trachten, also explizit gegen jene Fremdherrschaft. Nicht nur in Persien, auch in Maghreb, richtet sich der Dschihad eindeutig gegen die Fremdherrschaft und nicht gegen andere Glaubensgemeinschaften. So heißt es in einem dortigen Aufruf, dass sich der Kampf gegen diejenigen richten soll, die sich das Land widerrechtlich angeeignet haben. In allen Flugschriften ist stets von Unabhängigkeit und Befreiung die Rede, nie von einem Krieg gegen Nichtmuslime. Der Vorwurf, dass daraus der extremistische Islam, den es heute bedauerlicherweise gibt, entstanden sei, ist nicht nachvollziehbar. Denn wie schon aufgezeigt, richtete sich der Dschihad ausschließlich gegen den Imperialismus der Engländer, Franzosen und Russen. Zudem gibt es unter heutigen islamistischen Terroristen auch Gewalt gegen Frauen und Kinder, was damals ausdrücklich und wiederholt in den Flugblättern verboten wurde. Das Ziel war die Befreiung von der Fremdherrschaft. Dazu möchte ich darauf hinweisen, dass die von England ausgehende Revolte der Araber hingegen überhaupt nicht kritisch betrachtet und zum Teil sogar positiv bewertet wird. Wobei dieser vermeidliche Freiheitskampf und die Zusicherungen der englischen Regierung von Anfang an eine Lüge waren. Auch Lawrence bezeichnete es als Betrug und Unaufrichtigkeit. Die Ursache des heutigen islamistischen Fundamentalismus liegt eher in der Politik nach dem Ersten Weltkrieg. So zum Beispiel in dem so viel gepriesenen Selbstbestimmungsrecht der Völker, was sich aber nur auf die Völker in Europa bezog und nicht auf die Länder des Orients oder Afrikas, so wie die in den letzten Jahrzehnten betriebene Politik des Westens im Nahen Osten. Doch dies ist ein anderes Thema. Werfen wir nun einen kleinen Blick in das von Oppenheim verfasste Dokument, Denkschrift betreffend die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde. In dieser Schrift geht er auf verschiedene Länder sowie deren Revolutionspotenzial ein und macht zudem praktische Vorschläge. So schreibt er unter anderem über die nordafrikanischen Länder und hier insbesondere über Ägypten, aber auch über russisch-islamische Gebiete und Indien. Doch wir widmen uns hier nur zwei anderen von ihm erwähnten Ländern, da diese laut Oppenheim selbst eine besondere Bedeutung haben. Dabei handelt es sich um Persien und Afghanistan. Bei jenen sei es wichtig, dass sie sich untereinander und mit der Türkei zusammenschließen zu dem von ihm genannten mohammedanischen Treibund. In Persien, auch bekannt als Iran, sah Oppenheim nur in einigen Stämmen kriegerisches Potenzial, nicht aber in der Regierung, da diese durch innere Unruhen viel zu schwach sei. Von den Regierungstruppen käme nur die Gendarmerie in Frage, welche von schwedischen Offizieren, die antirussisch, aber deutschlandfreundlich seien, ausgebildet wurde. Doch trotz dieser Schwäche sei der Einfluss Persiens im Orient immer noch groß, so auch auf Afghanistan, Indien und die russisch-islamischen Gebiete. Zudem sei der Iran besonders als Durchgangsland nach Afghanistan und Indien von Wichtigkeit. Des Weiteren ist die Stimmung in Persien weitgehend antirussisch und antienglisch, was der Besetzung des Nordens durch die Russen sowie des Südens durch die Engländer geschuldet ist. Unter seinen praktischen Vorschlägen befand sich zum Beispiel derjenige, das englische Telegrafennetz, welches von Buschir im Süden des Landes bis nach Nordpersien führt, zu zerstören. Aber auch die Engländer aus Abadan zu vertreiben, wo die Anglo-Persien Oil Company große Raffinerien hat und das Öl aus der Provinz Kusistan über unterirdische Rohrleitungen hingepumpt wird. Um dies umzusetzen, sollte ein Schiff des deutschen Handelshauses Wönkhaus den Flachwasserbereich des Schad el Arab sperren und das Ölfördergebiet von deutschen sowie türkischen Truppen besetzt werden. Bei der Besetzung wäre laut Oppenheim mit der Hilfe oder zumindest mit dem Gewährenlassen der persischen Stämme zu rechnen. Durch die Sperrung des Schad el Arab würde die englische Marine am Eindringen gehindert werden und ein Angriff über den Landweg wäre unwahrscheinlich, da dann auf jeden Fall auch durch das Eingreifen der Perser England den Kürzeren ziehen würde. Afghanistan sah Oppenheim als eine nicht zu unterschätzende Macht an. Vermutlich auch deshalb, weil die Engländer zweimal daran scheiterten, das Land zu besetzen. Laut Oppenheim soll sich das stehende Heer aus 50.000 bis 60.000 Mann zusammensetzen. Da aber jeder eine Waffe besäße, würde sich nach Schätzungen 200.000 bis 400.000 Mann als Soldaten bereitstellen. Außerdem befindet sich in Afghanistan eine Waffenfabrik der Firma Krupp, jene wurde von 1898 bis 1904 von dem Geschützmeister Gottlieb Fleischer geleitet. Aber nun kurz zur Idee, wie die Beteiligung Afghanistans im Kampf gegen Yontant genutzt werden sollte. Und zwar würden sich einige Inder der Afghanistan-Mission anschließen, welche einer nationalistischen Gruppe angehören, die sich schon in Deutschland zu einem Komitee zusammengefunden haben. Jene Inder hätten gute Beziehungen, welche sie dafür nutzen würden, den Keim für eine Revolution in Indien zu legen. Unter anderem würden sie Ballons mit Propaganda über die Gebirgspässe von Afghanistan nach Indien schicken und Kontakt zu Revolutionsmitgliedern aufnehmen. Sobald dies geschehen ist, soll die afghanische Armee in Indien einmarschieren und bis zum Indus-Tal vordringen. Denn dann würde die Möglichkeit eines gesamtindischen Aufstandes bestehen. Mehr zur Afghanistan-Mission erfahrt ihr dann in dem kommenden Video. Ein weiterer Vorschlag war es, mohammedanische Kriegsgefangene in gesonderten Lagern festzusetzen. Schon während Oppenheim seine Denkschrift zu Papier brachte, befanden sich über 900 muslimische Kriegsgefangene in verschiedenen Lagerplätzen. Darunter in Alten-Kraboff, Paderborn und vor allem in Zossen. Oppenheim sah vor, dass alle diese muslimischen Kriegsgefangenen in ein separates Lager kommen und die noch folgenden Kriegsgefangenen am besten von Dolmetschern an der Front in Empfang genommen werden sollten, um mit jenen nach Deutschland geschickt zu werden. Dieses Lager sollte von Berlin aus schnell zu erreichen sein, weshalb Erzossen oder Döberitz vorstub. Zudem sollte keinerlei Möglichkeit für die Entente-Mächte vorhanden sein, auf die Gefangenen einzuwirken, weshalb auch zu prüfen sei, ob sich eingeschleuste Spione unter den Gefangenen befänden. Selbstverständlich sollten die Insassen besonders gut behandelt werden und eine Moschee erhalten, sowie einen muslimischen Geistlichen. Außerdem sollten die Gefangenen, falls sie denn Fleisch zu essen bekommen, Tiere nach dem vorgesehenen Rytus schlachten dürfen. Des Weiteren erwähnt er das Angebot des Emirs Seid, ein Nachfahre des algerischen Nationalhelden Emir Abdelkader. Seid machte den Vorschlag, mit einigen Volksleuten nach Berlin zu reisen, um mit seinen gefangen genommenen Landsleuten in Kontakt zu treten, damit jene gegen Frankreich in den Kampf ziehen. Nach Oppenheims Erachten hätte dies eine enorme Wirkung auf die Inhaftierten und sollte baldmöglichst umgesetzt werden. Zudem habe Emirs Seid dem kaiserlichen Botschafter in Konstantinopel eine Truppe von 600 berittenen Algeriern zur Verfügung gestellt, welche allerdings noch bewaffnet werden müssten. Diese Soldaten sollen ausgebildet und mit denen in der Türkei entsendeten Kriegsgefangenen aus dem Lager in Deutschland in die türkische Armee integriert werden, um an der Eroberung Ägyptens teilzunehmen. Übrigens wurde das Angebot des Emirs Seid freudig begrüßt und er reiste nach Berlin, um seine inhaftierten Landsleute zu besuchen. Tatsächlich kam es nicht nur zu einem muslimischen Gefangenenlager, sondern zu zwei, von denen das erste im September 1914 am Südrand von Zossen entstand. Dieses erste Lager trug den Namen Weinberglager, angelehnt an den als Weinberge bezeichneten Ortsteil. Da in diesem Lager hauptsächlich muslimische Kriegsgefangene aus dem Zarenreich untergebracht waren, nannte man es auch Tatarenlager. In diesem Lager gab es mehrere Werkstätten, welche extra eingerichtet wurden, damit die Insassen sich künstlerisch betätigen konnten. So entstanden viele kunstreiche Schnitzereien, darunter auch Wegweiser, welche in der Umgebung des Lagers ihren Platz fanden. Es wurden aber auch Arbeiten im Freien verrichtet, deren Ergebnis ein Erholungspark war. Der den Namen Soldatenpark hatte. Hinein ging man durch ein schön gestaltetes Eingangsportal und im Inneren befand sich ein Musikpavillon, ein Gebetshaus und andere Gebäude, die von Märchenfiguren umrahmt waren. Das zweite und wohl heutzutage bekanntere Lager entstand Anfang 1915 und trug den Namen Halbmondlager. Interniert waren hier etwa 4000 Kriegsgefangene muslimischen Glaubens, meist aus den französischen und britischen Kolonien. In jenem Lager erbaute man dann auch auf Befehl des Kaisers eine Moschee. Sie wurde komplett aus Holz erbaut und hatte einen Durchmesser von 18 Metern, eine Höhe von 12 Metern und ihr Minarett war 23 Meter hoch. Bis in die 1920er Jahre dienten sie Muslimen aus Berlin noch als Gebetsstätte, doch leider wurde sie nicht instand gehalten und musste wegen Baufälligkeit 1930 abgerissen werden. Außerdem wurde zweiwöchig die Zeitung El-Jihad in arabischer, tartarischer und russischer Sprache herausgegeben, um die Gefangenen von einem heiligen Krieg gegen den Ontoren zu überzeugen. Der vorbildliche Umgang mit den Kriegsgefangenen dient zwar zum größten Teil deren Beeinflussung, doch sollte dadurch auch die deutschen Gefangenen im Ausland gut behandelt werden. Da davon ausgegangen wurde, so wie man seine Gefangenen behandle, würden auch die Feinde wiederum mit den inhaftierten Deutschen umgehen. Trotz dieser beispielgebenden Behandlung der Kriegsgefangenen kam es in den Kriegsjahren insgesamt zu 969 Todesfällen. Für diese Verstorbenen wurde der Dorffriedhof erweitert und deren Beisetzung erfolgte getrennt nach Nationalitäten. So wurde zu Ehren tartarischer Gefangener der Tartarenstein erbaut und zum Bayramfest im August 1916 eingeweiht. Nicht weit von dem Tartarenstein entfernt wurde der Araberstein zur Ehrung nordafrikanischer Muslime errichtet. Auch ein türkischer Soldat ist auf dem Friedhof beigesetzt worden, der die Lager mit beaufsichtigte. Auf dem Friedhof und in den Lagern befanden sich aber nicht nur rein muslimische Gläubige, sondern auch Sikhs, die von Orientalisten des 19. und 20. Jahrhunderts als Angehörige einer Religion angesehen wurden, die sich aus dem Hinduismus und dem Islam zusammensetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof Teil eines sowjetischen Truppenübungsplatzes und bewusst zerstört. Durch aufwendige Instandsetzungsarbeiten wurde er 2005 neu eröffnet und kann selbstständig oder unter Führung besichtigt werden. Außerdem gibt es in Wünsdorf das liebevoll hergerichtete Garnitionsmuseum mit vielen Informationen und Ausstellungsstücken zu diesem Thema sowie weiteren Themen rund um den Militärstandort Zossi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017